ARD Text im Auftrag von Funk Ja du kannst hier viele Orte freischalten also können die Leichen plündern hier könnte mal gut Cola bringen die Kühlrad Währung denke ich mal mal schnell heilen so immer schön alt einsam so hier ist noch irgendwo eine Küste ja hier nachgeladen ja so dann schmeißen wir uns mal hier ran hm aber bis der jetzt hier äh nicht wohin einfach mal mal rüber springen so oder müssen wir hier wissen nicht mal ob da unten Wasser ist doch also können wir runter springen hm gut hat man hat man oben nicht so gesehen wahrscheinlich müssen wir tauchen gut das ist hier wieder so ein Scheiß Geschicklichkeit Dreck da haben wir schon mal den Haken den Haken sehen naja manchmal ist es hier ein bisschen aber gut da wo jetzt lang ach wie kassig diese Scheiße ihr könnt an mir glauben ey mal mh Gucken ob man da so rüberkommt. Aber er blug nicht eher. Ich spunkne. Na komm schon hier. Ach ich hasse diese Scheiße ey. Komm halt schon mal schneller ey was bist denn du für ein Knob ey. So. So. Das wird ja schon wieder ein Gameplay von Feinzen ey. So da jetzt nicht weiter. So. 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 You should come in to know. Oh mein Gott Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich komm noch da gar nicht rüber ey Oh mein Gott ey Ah ne Leute ist mir zu hoch ey Ich mach da hier nicht immer alles fünffach ey Ja Das kotzen hier schon wieder ey Warum müssen immer solche Missionen kommen wenn ich hier was aufnehmen will Da hoch komme ich nicht ey oh mein Da oben ey Ey bruch dich ey Ach ja Ne ist klar ey Fuck off ey Das ist doch kein Mensch alter Schuss Scheiße Scheiße affe ey Wow, eine Mission bei 1 Minute dauert, aber eine halbe Stunde sucht ey. Sorry. Das ist dann halt immer so bei Live-Aufnahmen und da klappt das nicht mal alle wie am Schnücheln, wenn man es selbst noch nicht kennt und man da überhaupt machen muss. Ich habe mich in der Karte gesehen, dass ich 5 Jahre alt bin. Das ist dann immer wieder auf den Meier. Ich habe mich in der Karte gesehen, dass ich 5 Jahre alt bin. Ich habe 5 Jahre alt, oder? Ich habe nur 5 Jahre alt. Ich habe nur 5 Jahre alt. Ich habe nur 5 Jahre alt. Sö... Warten müssen wir jetzt machen. Die Fähigkeiten müssen wir mal in Punkt einsetzen. Scheint... Drücke M Verfluch sei Pargamon und seine ausländische Ruhe Ihre Royal Army hat angefangen, hieratische Artefakte aus Tempeln und Privathäusern zu städeln. Die werden alle der Insel Jalendu gesammelt. Ich weiß nicht, was er mit den Artefakten vorhat. Aber ich werde nicht zulassen, dass der Kaling Tanga in seine Hände fällt. So sehr es mich auch schmerzt, ich habe Pargamon gebeten, ihn in den Stecker zu teilen und ihren Ganzen dann zu verstecken. Die Geschichte von Kali Nack darf nicht an Yuma und ihresgleichen verloren gehen. Murang Kali! Ah, schön, weiter. Ah, ich sollte das so'n Tag hochdenken, okay. Warte, ich spring jetzt einfach mal hier runter, Alter. Was? Oh, Frau, ist das so, was er mit der Kalingan? Was war ich so? Ich war die Musiker und die Gernan in der Kalken, dort habe ich nur die Gernanzeigen aus. Ich hab nicht die Musiker gebeten. Ich habe die Musiker. Was war ich meine, was besucher? Also wird die Musiker? Nein, ich habe das. Uwe, die Musiker, zur Kalingan für dich rejoice. Das klingt geil, sieht doch geil aus. Das klingt geil aus. Das klingt geil aus.